Ja, da war noch was. Sie verblüffen mich, Captain, aber Sie machen mir keine Angst. Ja, wie kommen wir denn jetzt? Wie sehen wir ihn jetzt? Das können wir gegen ihn jetzt machen. Wird ich ja Bomben werfen? Sie wollen mich schwecken, aber mein Schild zieht seine Kraft aus den Stunden direkt aus Aska. Können wir einen Sonnentanz machen? Ja. 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 Äh, das ist schwer, oder? Nur auf zu plappern. Ja, das ist schwer, oder? Und wie können wir ihn angreifen? Ach, hier können wir vielleicht durch. Ein bisschen Heilung. Verdammt. Vielleicht auch wieder hoch. Irgendwo nach oben. Ja, hier können wir nach oben. Ja, das ist natürlich blöd. Volle Breitseite. Oh, scheiße. Ja, das war scheiße. Aha. Das bringt mir jetzt was. Genau, ohne die ich nicht nach dort richten kann. Okay. Wie großartig, Herr Kerten! Hach abweich mit den Männern wahren an Bokken des Zeppelins. Männer mit Familien, haben Sie den kaltes Gruppe wie Abton Kieb? Böse! Okay, hier kommen wir nicht nix. Was machen wir jetzt? Hier kommen wir hier noch an. Hier müssen wir noch ein Zeppeln nehmen. Hier kommen wir die Info mit mir. Direkt auf der anderen Seite. Da müssen wir erstmal rüberkommen. Das wird ja wohl nix. Oh, scheiße. Hintermarsch. Wir müssen einen Weg finden. Ah, Mikrometro stehle ich das Feuer von den Göttern! Teorshammer ist mein Bild! Wundervoll! Nicht groß genug. Ja, ein bisschen Heilung wäre hilfreich. Kann mal darauf achten. Da haben wir ja prinzipiell schon den richtigen Ansatz. Hier ist Heilung, ist ja schön. Wundervoll! Ja, scheiße! Heilung haben wir schon genommen. Ja gut, dann sind wir am Arsch. Ja gut, dann sind wir am Arsch. Ein Wunder. Der Herrinn. Einเอalbum. Nicht wirklich. Wie kann man da rüber... Ich mein, wir müssen ja irgendwie rüberkommen, ohne, dass der... Ohne getroffen zu werden. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dabei hin nun. Jetzt müssen wir wieder runterkommen. Verdammt. Jetzt Heidung. Das Fenster 50 ist nicht gut. Es müsste hier irgendwas passieren. Es muss den Effekt haben, dass wir die ausgeschaltet haben. Das Fenster 50 ist nicht gut. Das Fenster 50 ist nicht gut. Tja, wie kommen wir da jetzt hoch? Wir können ihn jetzt einfach ausschalten. Ich denke wir müssen da hoch. Jetzt wird die Größe. Nur noch 60 Leben. Es geht ins Auge. Nein, nein, nein. Heilung, hier irgendwo. Da ist Heilung. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Es ist jemand in der Antenne, ja. Kein Umquertz, nicht schlecht. Hab ich das gewonnen? General, auch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer an ihrem Hals spüren und aufgeben. Oh, kacko. Kein Miniatstorz. Ja, das war ja klar. Ich hoffe wir müssen nicht den ganzen Bosskampf nochmal machen. Das wäre ein bisschen schade. Ja? General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer an ihrem Hals spüren und aufgeben. Okay, wenigstens der Checkpoint. Leere Pisten, eher sozial. Ich bin mir ein bisschen aufladen. Das war's für heute. Okay, die Waffe haben wir nicht auf der 6. Die große Wumme. Muss ich ihn damit ausschalten. Die Waffe sind wir nicht auf der 1. Die Waffe sind wir hier. Heilung Verdammt Arena Kämpfe Ich war noch nie ein Fan von Heilung Verdammt Das werden wir jetzt noch schaffen General Noch bevor dieser Tag vorüber ist Werden Sie mein Messer in Ihrem Hals spüren Und aufgeben Das bestimmt Aufgeben nicht aber Das erste war An die neue Eltern Das wollte Ihnen nicht helfen Ich erwische Sie Das war's für Sie Das war's für Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit reicht's So, dann Heilung Ich stehe doch direkt vor Heilung Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn? Ähm Kurz, kurz gab's ne Phase General Noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer an ihrem Hals spüren und aufgeben Da gab's ne Phase, da hat er Da hat er Da hat er innen gehalten Hätten wir schießen können In einem Loch gekrabbelt, Herr General Das sollte ihm nicht helfen Ich erwische sie Jetzt verschwinde von hier Verschwinde von hier meine Fresse Ah, das ist die Waffe, die ich brauche 100 Versuche später Ja General Noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer an ihrem Hals spüren Und aufgeben Ja 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 Das ist das Das ist ein Das ist meine Fälle Es ist ein Das ist ein Kommer Das ist ein Das ist ein Ja, das war ja jetzt ziemlich dupf. Ich sollte schon irgendwo Deckung nehmen. Also. Ja, ja, das haben wir schon zehnmal gehört. Ein bisschen Rüstung würde ich gerne nehmen. Ich bin jetzt auch nicht mehr. In einem auch gekrabbelte Keller. Das würde ich nicht helfen. Ich erwische sie. Wo sind sie? Einvermaßler von uns. Musik 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 Meine Frisse Musik Eine Stunde später Musik Irgendwann kann ich das Muster einfach Noch 100 Versuchen kann man irgendwann das Muster des Campus ausfällig Musik 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 Ok Musik Musik Nein, 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 nein. Fingern. Dummkabzei, dunk. Der ganze Dagen brennt. Der ganze Dagen brennt. Das Feuer ist natürlich Blut. Ah, Kacka. Ich sehe ihn nicht. Ein bisschen Heilung. Das war schon relativ gut. General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Das glaube ich fast nicht. Um. Das war schon. 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 . wir waren verdammt weit dieses feuer hier noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein mess an ihrem hals spüren und aufgeben so Zeit sollte ich eher nutzen, um hinter zu fangen Drei Ach du Scheiße. Irgendwo heilung. Irgendwo war noch eins. Das ist keine Heilung. Wir müssen hier ein bisschen klüger vorgehen. Wir müssen nicht in den Flammen sterben. Jetzt sind wir sowieso dort. Unheilung. Stand in der Flamme, oder? Ein, zwei Versuche mache ich heute noch, aber... General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer in Ihrem Hals spüren und aufgeben. Die Taktik ist schon gar nicht so schlecht. Bis jetzt müssen wir es mal nutzen. Ah, natürlich hat es so etwas debuffen, nicht. Okay. Ja, das war beschissen. Ich bin dumm. Jetzt brennt sie jetzt schon alles. Woher kriege ich Schaden? Was zum Maker? Ich laufe ja nur, der schießt nicht mehr und ich verstehe es hier nicht. Noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer in ihrem Hals spüren und aufgeben. Messer am Hals ist vielleicht ein Hinweis. Ich will das mal analysieren. Hier haben wir Feuer. Hier haben wir Fässer. Das ist einfach schlimm für Skipperlauer. Da muss doch irgendwie ein... Das muss irgendeinen Sinn hinterstecken. Jutti, wir machen keine Aufnahmepause. General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer in ihrem Hals spüren und aufgeben. Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal.